Hey, terve! Wenn ihr das Problem habt, dass ein erforderlicher Laufwerksgerätetreiber fehlt und ihr deswegen Windows 7 nicht installieren könnt, dann habe ich hier meinen Lösungsansatz für euch. Diese Lösung funktioniert für alle Festplattentypen, also SSD und Festplatte und über jede Schnittstelle. Anders als in meinem anderen Video braucht ihr zudem keine zusätzliche Hardware oder Adapter. Also fangen wir an. Im ersten Schritt müsst ihr auf das zu installierende Medium den erforderlichen Treiber installieren. Ich habe hier für momentan Windows 10 auf meinem Rechner. Ihr könnt natürlich auch eine Linux Bootable CD nutzen und euch dann eine Partition erstellen. Ich habe sie hier mal Source genannt und mit NTFS formatiert. Wir benötigen nämlich einen Treiber, den können wir uns direkt bei Intel herunterladen. Hierzu müssen wir wissen, welcher Chipsatz in unserem Notebook verbaut ist. Bei den Skylake Prozessoren, die im G3 der 430er HP ProBook und 440er Serie verbaut ist, handelt es sich um einen Intel 100 Serie Chipsatz. Und dafür gibt es dann eben einen USB 3.0 Treiber direkt bei Intel zu laden. Den Link packe ich unten in das Video hinein. Diesen holen wir uns nun direkt von Intel und installieren einen oder beziehungsweise entpacken ihn dann auf der erstellten Partition. In das UEFI gelangt ihr, wenn ihr den PC anschaltet und dann die Escape-Taste drückt. Zuvor solltet ihr einen USB-Stick mit der Windows 7 ISO anstecken oder ein USB-DVD-Laufwerk mit der Windows 7 DVD. Hier angelangt wählen wir dann Boot-Menü und entscheiden uns für die Legacy-Boot-Methode auf dem Gerät, wo unsere ISO sich befindet. In meinem Fall ist es ein Sony USB-Stick, deswegen bestätige ich die Eingabe und der Stick bootet dann die Windows 7 Setup. Nun können wir wie gewohnt die Installation beginnen und stoßen auf eben den Fehler, den wir umgehen wollen. Dadurch wählen wir den von Intel downgeloadeten Treiberordner aus und gehen hier auf Drivers Windows 7 64-Bit und bestätigen dies. Nun schlägt er einen Treiber vor, wir klicken hier auf Weiter und leider funktioniert der vorgeschlagene Treiber natürlich nicht. Wir entfernen den Haken, scrollen ganz nach unten und entscheiden uns für diesen Treiber USB-Hub. Nun warten wir wieder und diesmal sollte es erfolgreich sein und somit haben wir die Fehlermeldung dann, wenn alles wunderbar läuft, umgangen und können Windows 7 ganz normal installieren. Es dauert ein wenig, aber ich denke, es sieht gut aus und hier bestätigen wir die Lizenzbedingungen. Wir können nun Windows 7 ganz normal installieren. Wir können auch die Partition, auf der wir den Treiber zuvor installiert haben, entfernen, indem wir die erweiterten Laufwerksoptionen auswählen und diese Partition dann löschen. Und in meinem Fall lösche ich auch die Windows 10 Partition und kann Windows 7 total clean installieren.